Eine Bekannte von mir hat ganz plötzlich ihren Ehemann verloren. Er war noch berufstätig. Und sie hatten es beide gut zusammen. In so einem Moment bleibt eine riesige Lücke zurück. Und dann kommt die Trauer. Gute Stunden wechseln ab mit aufgewühlten Momenten, mit Leere, vielleicht auch mal mit Wut und Traurigkeit. Woher kommt der Trost? Echter, tiefer Trost, der wieder einen neuen inneren Frieden gibt, der an das Gute und das Schwierige einer solchen Beziehung anknüpft. Trost, der mich umgibt, den ich auf die Schultern lege wie ein warmes Tuch, der neue Geborgenheit gibt. Woher kommt der Trost? Woher kommt er, wenn ein liebes Haustier stirbt? Wenn ein Kind alleine ist? Wenn eine grosse Liebe zerbricht? Wenn wir beschämt werden? Wenn die Kündigung kommt? Wenn die Schulden wachsen? Wenn die Mutter dement wird? Wenn es eine schlechte Diagnose gibt? Wenn es eine Quelle gäbe, die wir hinzugehen und daraus trinken, von dem Trost. Eine Quelle vom Trost sozusagen. Aber so auf diese Art gibt es die Quelle leider nicht. Nicht einmal in der Bibel. Und trotzdem erzählt die Bibel vom Trost. Traurig sein braucht Zeit. Und doch passiert etwas. Mit seiner Traur erscheint Jesus Christus. Und er zeigt, dass Traur nicht nur aus Einsamkeit besteht. Da ist immer noch jemand. Und da ist Jesus Christus hier. Jesus versteht dich, wenn du traurig bist. Er sagt nicht jemand. Hör doch auf, Traur. Die Zeit ist doch jetzt abgelaufen. Er sagt dir nicht. Ist doch nicht so schlimm. Das Wichtigste, was Jesus Christus dir gibt, ist Anerkennung. Er weiss, dass du jetzt traurig bist und aufgewühlt. Und er anerkennt deine Traur. Er bleibt. Er versteht. Und er dreht mit dir durch die Traurzeit durch. Und dann sagt Jesus etwas ganz Verrücktes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Mit seiner Traur merken wir und spüren wir plötzlich, dass Jesus Christus da ist. Es ist, als würde er den Arm um unsere Schultern legen und uns gleichzeitig schützen und aufrichten. Es ist ein warmes Gefühl, die uns dann, wenn sie in die Traur ist, ganz durchströmt. Wenn du traurig bist, hätt Vertrauen. Jesus Christus bleibt bei dir, auch wenn deine Traur abgrundtief ist. Er berührt dich ganz vorsichtig, wenn du ihm das erlaubst. Und auf einmal wächst mitten drin wie von allein eine tiefe Trost. Und dann wachsen neue Pläne, frische Ideen. Die Erinnerung bleibt. Aber die Traur wird heller. Und es gibt Platz für den Trost. Ich freue mich auf das. Ich happend. Ich habe dich. Ach, warum? Du bist perfekt. Jetzt ich schlauze. Du bist und mich. Ein.